Health Hack 2024. Mit innovativen Ideen unser Gesundheitssystem verbessern. Der Health Hack ist ein Hackathon-Format im Open Innovation Ansatz. Das heißt, wir versuchen hier ganz viele verschiedene Expertisen zusammen zu trommeln. Das können Designer, Ärztinnen, Ärzte, Pflegekräfte, ganz unterschiedliche Bereiche sein, die dann hier zusammen zwei Tage einen Raum haben, um an innovativen Lösungen für unser Gesundheits- und Pflegesystem zu arbeiten. Es geht also darum, Teams zu bilden, die sich an der Entwicklung von Prototypen, Apps oder anderen Anwendungen für die Gesundheits- und Pflegeversorgung arbeiten. Dabei werden sie von erfahrenen Mentoren, Mentorinnen unterstützt. Am Ende werden die Ergebnisse präsentiert und von einer hochkariertigen Jury bewertet. Überzeugen konnte dieses Jahr das Team FlowWell, das mit der Idee eines Plug-in-Tools für die Planung von Neu- und Umbaumaßnahmen in Krankenhausbauten antrat. Wir haben uns mit dem Projekt FlowWell beteiligt und das ist wahrscheinlich schon über einen längeren Zeitraum gereift. Die konkrete Idee hatte ich jetzt Ende letzter Woche auch erst aus meinen Erfahrungen in der Architekturforschung, dass dort wirklich immer wieder aufgrund der Komplexität völlig banale Dinge passieren, dass beispielsweise das Patientenbett nicht in den Lift reinpasst oder um die Ecke kommt. Und dieser Problematik wollten wir uns widmen. Ja, ich sag mal, von der groben Idee her haben wir jetzt ein viel feineres Verständnis über die letzten zwei Tage gewinnen können. Wo sind die Baustellen, Herausforderungen, was ist auch vielleicht gar nicht möglich, was wir uns am Anfang vorgestellt haben. Und ich glaube, jetzt müssen wir uns überlegen, wie schaffen wir da die Rahmenbedingungen für uns, Zeit, Finanzen, so weiter, wirklich das Grundsätzliche. Ja, vielleicht schaffen wir es auch, unsere zwei Partner, die wir kennengelernt haben, auch vielleicht anzuheuern. Vielleicht wollen die auch dran weiterarbeiten. Also ich hoffe es. Für wen lohnt sich die Teilnahme? Also ich würde jedem empfehlen, der Interesse hat, sich hier einzubringen, sei es fachlich im Bereich IT, sei es im Bereich Programmieren, sei es im Bereich BWL. Ja, Finanzierung, Riesenthema. Ganz besonders habe ich gemerkt, es fehlt an Pflege- und Medizinexpertise aus der Praxiserfahrung. Ich konnte viel beitragen in Bezug auf die Pflegetheorien, auf wie geht man an ein Pflegeproblem heran, wie bearbeitet man das im Alltag, im Altenheim, in der stationären Langzeitpflege, aber auch im Krankenhaus und auch im häuslichen Bereich. Die Leute, über die wir sprechen, die zum Beispiel jetzt ganz konkret auf Remind bezogen, die wohnen in der Regel noch zu Hause und die Leute, die hier waren, die waren nie bei dementen oder anderen Menschen zu Hause. Das gab es nicht. Und daher hat für so einen Health Hack auch so eine Expertise hier gefehlt. Jeder hat hier gesagt, wir haben hier so viel Programmierer und technisches Know-how, aber wir brauchen noch irgendwen, der diese ganzen soften Sachen kennt. Also ich würde wirklich jedem, der in diesem Bereich unterwegs ist, sei es auch wenn du in der Ausbildung bist, kein Ding, dann bist du voll up to date. Komm hierher und trag was bei. Einfach machen. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich bin zum zweiten Mal hier. Es ist einfach eine richtig coole Sache und es ist ein richtig gutes Gefühl, dass man irgendwas Cooles macht, auch wenn man keinen Preis gewinnt. Ich sage es jetzt nicht nur, weil ich einen Preis gewonnen habe. Letztes Jahr habe ich keinen Preis gewonnen. Ich bin aber trotzdem zum zweiten Mal gekommen, weil es einfach eine sehr coole Sache ist und eine sinnvolle Sache ist und es gibt genug Probleme, die gelöst werden müssten. Also ich wirklich überrascht war, wie sehr die mir geholfen haben. Also ich bin sehr glücklich. Also es ist wirklich sehr großes Glück, wenn man wirklich jemanden mal einfach trifft. Man kommt einfach her, man trifft jemanden und die können einem super weiterhelfen, ohne dass man tatsächlich irgendwie sogar damit gerechnet hat. Also ich war wirklich sehr froh über die Veranstaltung hier. Einen längeren Beitrag zu HealthFact 2024 seht ihr hier in Kürze bei TV 38.